Nach zwei tödlichen Angriffen in Teheran und Beirut auf ranghohe Verbündete des Iran gibt es im Nahen Osten und in mehreren muslimischen Ländern anti-israelische Proteste. Im marokkanischen Rabat verbrennen Demonstranten eine israelische Flagge. In Pakistan, im Irak und in der Türkei bekunden Tausende ihre Solidarität mit der radikal-islamischen Hamas. Deren Auslandschef Ismail Haniya war nach Angaben der Hamas in Teheran in seiner dortigen Residenz getötet worden. Die iranische Führung, die Hamas und deren Verbündete machen Israel verantwortlich und haben mit Vergeltung gedroht. Israel bekannte sich bisher nicht zu dem Angriff auf Haniya, bestätigte aber die Tötung des Hezbollah-Kommandeurs Fuad Shukri im Libanon. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu schwor seine Landsleute auf eine mögliche militärische Auseinandersetzung mit den Feinden Israels ein. Seit dem Angriff in Beirut hören wir Drohungen von allen Seiten. Wir sind auf jedes Szenario vorbereitet und werden vereint und entschlossen gegen jede Bedrohung stehen. International wächst die Sorge vor einem Flächenbrand im Nahen Osten. Im UN-Sicherheitsrat verurteilten mehrere Mitglieder die Tötung von Haniya, darunter China und Russland. Der iranische UN-Botschafter forderte eine Bestrafung Israels.